Ich steh jeden Tag bei der Siemens am Flürstbandl, schraub meine Schrauberl und hoff, dass ich bald hab'n geko, hoff, dass ich bald hab'n geko. Ich steh jeden Tag auf meinem Computer, aber es bleibt immer nur das gleiche. Der Chef fragt, hey, du will länger bleib' und ich lieg' und sag, dass's mich gefreit. So ein Scheiß. Aber irgendwann, ja, da sag ich's ja dann, dass ich nimmer mag, dass ich mich gern hab'n ko. Gern hab'n ko. Zwei, drei, vier. Ich sitz jeden Tag in meinem Großraumbüro, stempel jedes Blatt korrekt und hofft der Chef ganz bald verrikt und hofft und der Chef ganz bald verrie. Ja, hey, hey, hey. Zwei, vier. Ich steig jeden Tag an euren Patienten an, hab ihn nimmer geko, weil ich schon 30 Stunden gab, da war ein Lautsprecher gekippt. Geht schon an, geht schon an, eine Notfall haben wir noch. Geht schon an, geht schon an, eine Notfall haben wir noch. Aber irgendwann, ja, da sag ich's ja noch an, dass ich nimmer moog, dass ich nimmer koog. Nimmer koog. So, hey, wie lieg jeden Tag in meiner Therapie auf diesem Sofa da und schau die Wände hoch. Ich zieh da wie die Sau, mich ha des zam gehauen. Der Chef ha gsagt wie Schott und meine Arbeitskraft gibt mir feucht die Hand. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, guter Mann, guter Mann. Draht sie um und lacht den Nächsten an. Aber irgendwann, aber irgendwann, aber irgendwann, schaust doch du an die Wand. 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 Die Wand.